In diesem Video möchte ich dir die Deep Mind Vol. 2 vorstellen. Eine ganz, ganz spezielle Frequenz und eine Musik, die du so vermutlich noch nie gehört hast. Und zwar, die Deep Mind Serie ist ein Frequenzpaket, wo drei Volumes drin sind, die sich darum beschäftigen, Trance-Zustände zu indizieren und zu erleben. Und die Deep Mind ist speziell für den tieferen mystischen Gehirnareal zuständig, also der Areal, der dafür sorgt, dass man mystische Erfahrungen macht, dass man in der Meditation nicht einfach das Schwarze sieht, dass Blitzlichter kommen, Visionen kommen, luzide Träume, Seelenreisen, Astralreisen und so weiter infiziert werden. Und da gibt es sehr viele Studien und ich habe versucht, in diesem Deep Mind 1, 2 und 3 eben die Erkenntnisse der Studien in die Frequenztechnologien einzubauen, damit diese Zustände dann erfahrbar auch werden. Und das ist mir ziemlich gut gelungen, weil beim letzten Seminar habe ich dann am letzten Tag die Teilnehmer gefragt, da waren knapp 60 Leute, wer hat was erlebt mit diesen Frequenzen und jeder hat schlussendlich aufgezeigt. Und das hat mir einfach gezeigt, dass eine Wirkung der neuen Technologie sehr, sehr gut ist im Vergleich zu den letzten Jahren und Technologien. Ja, und jetzt kommen wir mal kurz zur Musik dieser Frequenzen, vor allem bei der Deep Mind 2. Das ist eine ganz, ganz spezielle Musik, die du so vermutlich noch nie gehört hast. Eine Musik, die eine Mischung ist zwischen Gesang, zwischen Amazonas, zwischen Instrumenten, die du noch nie gehört hast. Ich spiele es dir mal ein bisschen ab. Das Ganze fängt an, es ist sehr, sehr experimentell, hat aber etwas und man merkt, während man das Ganze hört, also wenn man die Frequenz wirklich hört, dass man in einen anderen Zustand kommt, dass die Musik, dass der Gesang etwas mit einem macht. Es ist wie ein, man kann es wirklich so sagen, es ist ein Abenteuer, was du mit dieser Frequenz durchschreitest, das Ganze dauert 45 Minuten und du wirst wirklich merken, während du diese 45 Minuten hörst, du wirst musikalisch abgeholt und irgendwo hingebracht, dort wirst du was erleben und wieder zurückgebracht. Das Ganze fängt an mit eben leichter Musik, wo Schamanen im Wald singen, das hört sich dann so an. Und das fängt, das Ganze ist auch in 3D auch gemacht, das heißt, du hörst auf der einen Seite so ein Bass, jetzt zum Beispiel, also ich spuse ein bisschen vor, jetzt, so diesen Bass, den hörst du rechts und dann links und das Ganze in 3D und das Ganze fängt an sich zu bewegen und dynamischer zu werden, der Gesang wird immer intensiver, zuerst reden diese Schamane nur ein bisschen und reden die immer mehr und dann kommt eine zweite dazu und dann wird das wie ein Gespräch und ein Murmeln und ein Flüstern, wie du jetzt schon hören kannst und dann fangen die in der Mitte der Frequenz an auch zu singen, also wo dieses Gespräch anfängt sich zu transformieren in eine Melodie, das Ganze wird dann untermauert und dann kommt sie in einen tiefen Trance-Zustand hinein. Ich spule ein bisschen nach vorne. Also so hört sich das dann an, wenn sie ein bisschen mehr, wenn mehr in das Mystische hineinkommt und dann kommt eben diese Phase, wo sie anfangen fast zu singen, aber noch nicht singen und dann später, das möchte ich dir jetzt noch nicht vorspielen, weil es muss halt ja eine Überraschung sein, was dann kommt, und dann singen die eben und dann ist eine Art Trance-Pause, das heißt da kommt eine Melodie, die dich runterholt, wo dein Gehirn neu kalibriert und dann kommt eine dritte Phase und zwar die Phase, wo das Ganze dann intensiviert wird, wo alles miteinander gekoppelt wird, eine andere Sängerin hinzukommt und so weiter. Es wird dann sehr, sehr spannend und dann so eine Art Auskling-Phase, wo man dann von der Frequenz da runterkommt. Und wenn man diese 45 Minuten mal gehört hat, dann weiß man, was ich meine mit es war ein Abenteuer, weil danach wirst du die Kopfhörer weglegen, deine Schlafmaske wecktun und dir denken, was ist jetzt passiert? Wo war ich gerade? Und so wird sich das Ganze anfühlen. Wenn du die DeepMind 1, Volume 1 gehört hast, dann wirst du mit der DeepMind Volume 1 schon gute Effekte haben, aber diese Frequenz stimuliert die nächsten Gehirnareale noch weiter. Natürlich kannst du sie auch ohne die 1 erhören, das stimuliert ein anderes Gehirnareal, aber wenn du DeepMind 1, 2 und 3 regelmäßig hörst, dann wirst du merken, wie alle drei Gehirnareale, die eben für mystische Zustände verantwortlich sind, stimuliert werden, aktiviert werden und du so leichter in Trance Zustände kommst, auch ohne die Frequenz. In dem Sinne, ab jetzt ist diese verfügbar auf Brainwave 3D oder in unserer App und ich wünsche dir viel, viel Freude damit und ich freue mich sehr vor allem auf dein Feedback zu dieser Frequenz. Also bis bald. Tschüss.